Irgendwann muss ich aber auch den Punkt finden, wo es mal gut ist. So, den mache ich jetzt hier. Ja, dann geht's hier. Ja, da ist hier noch so viel zu tun. Okay, schauen wir mal, was wir hier so machen können. Nee, nee, warte mal, ich bin doch hier einfach nur hoch. So. Ja. Ja, das ist aber noch... Aber, ja, hier haben wir den Anschluss schon wieder. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier mal weiter. Das ist zu viel. Nee, das geht so nicht. Da muss ich da... Da muss ich da dran. Ah, so. Da. Ja, das wird eigentlich so schon recht gut passen hier. Aber da will ich noch ein bisschen mehr dran haben. Nee, der soll weg. Ja, dann machen wir da noch was hin. So, da auch noch. Da noch ein bisschen was. Ja, okay, das passt hier oben. Von der Breite her. Ich will ja so einen gewissen... So einen gewissen Rand haben. So einen gewissen Streifen, irgendwo das ist. Und dann hier haben wir wieder den Anschluss an das hier. Ja, genau. Dann fühle ich das... Oh, Moment. Ich muss einfach mal irgendwie so machen. So. So. Das, glaube ich, passt hier so. Wie sieht's da oben aus? Ja, das sieht gut aus hier. Ja, dann mach ich da noch was hin. Ach, Mensch, bin ich froh, wenn wir mit dem Sand setzen fertig sind. Na ja, irgendwann wird das der Fall sein. Aber erst mal so das Stück hier vorne. Nee, der ist zugegen. Ja, ich würde sagen, das passt hier von hier oben. Da muss man hier noch... Nur noch ein bisschen... Na komm. Ein bisschen angleichen. Ja, sehr gut. Ich bräuchte hier das Bewegungsmodell von... Ja gut, eigentlich ist das nicht wichtig, ne? Von PUBG. Dass ich hier auch gleich ein bisschen PUBG trainieren könnte. Aber nee, das... Das ist schon okay, so. Ja, hier. Da, wir setzen noch ein bisschen was rein. Aber nicht allzu viel, ne? Dann kann man das hier auch ein bisschen... Da, lala. Achso, oh, Moment. Da ist ja noch einiges da. Ja, ähm... Ja, ganz so... Oh, doch, Moment mal. Eigentlich könnte man das so steil hier lassen. Da habe ich mich vorhin hochgebaut. Da muss noch einer hin. Moment, da noch. Damit ich da eben hoch kann. Ja, doch. Ja, so langsam habe ich aber auch wieder genug jetzt hier von der Baustelle. Äh, ja, ein bisschen, ein bisschen müssen wir noch durchhalten. Jeder Sandblock, der gesetzt ist, ist ein guter Sandblock. Zumindest in den meisten Fällen. Hier aber schon. So, ja, sehr gut. Ich muss hier nur noch das Gelände jetzt hier so ein wenig angleichen. Oh, da kommt noch was hin. So. Und dann würde ich sagen... Ah ja, da unten müssen wir auch noch was hin machen, oder? Moment, ich mache es mal eben hier oben fertig. So, 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 so. Und dann noch eine Lücke schließen. So, und dann schauen wir uns das mal von unten an. Möglichst noch, bevor es dunkel wird. Ja, das ist... Ja, doch, da unten will ich gerne noch ein bisschen an... ein bisschen angeglichen haben, das Ganze. Ja, doch, aber hier zum Beispiel, da wo der Sand ist, da soll was hin. Na, komm. Ich werde schon wieder heiser. Da sieht man hier eben viel Bruchstein, aber... Äh, viel... Dingsbums, äh, Sandstein. Aber das darf ja... Jetzt muss ich mich doch hinlegen. So, und dann schauen wir uns das mal morgen früh an. Na, los, raus hier. Okay, so, dem Elefanten scheint es zu gefallen. Ja, das ist gut. Wie sieht das denn von oben aus? Äh, ich würde gerne mal da hochgehen. So. Ja, jetzt kann ich aber nicht fliegen. Doch, Moment, ich kann fliegen. Halt, Moment, so. Äh, Moment, erst raus hier. Äh, ja, ja, ist ja gut. Irgendwie war das doch. Moment, ich muss eben was essen. Äh, dass man sich da, äh, schwebend fortbewegen kann. Äh, es war doch ganz einfach. Naja, also die Taste, die macht hier überhaupt nichts. Ah, ich kann ja mal auf den Baum gehen hier und das von da oben anschauen. Ah, das nervt mich, dass ich das jetzt wieder nicht weiß. Beziehungsweise es klappt nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich muss noch mal nachschauen, welche Taste es ist. Aber ich meine, dass es diese Laufen-Taste ist. Steht da vielleicht irgendwas dabei hier? Ähm. Nee. Also, es steht was dabei, aber nicht das, was ich, äh, wissen will. Ja, doch, ich würde sagen, das kann man schon so lassen. Da unten will ich gerne noch ein bisschen Sand hinlegen. Nenne mich soweit hier so. Genau, das, das... Äh. Genügt ja. Moment, ich muss die wieder wegmachen, die Weste hier. Und das da dran. Bietet sowieso kaum noch Schutz hier, dieser Diamant, äh, diese Diamant-Rüstung. Aber ich wollte die ja noch dran, äh, anhaben, solange bis sie wirklich ganz kaputt ist. Und dann baue ich eine neue. So, ja, das lasse ich hier alles. Wenn es mir dann hinterher doch nicht gefällt, kann ich sie ja immer noch wegmachen. Beziehungsweise was dazu machen. Das heißt, wir sollten jetzt vorne rum hier eigentlich komplett fertig sein. Dann haben wir das hier auch schon durch. So, bis hierhin zu dieser Abbruchkante. Genau, da müssen wir noch weitermachen. Wie sieht das denn von hier oben aus? Ja, bis dahin. Also, dann haben wir noch ungefähr ein Drettel zu machen. Hm, genau. Ja, das, dieses eine Drettel, das, äh, da ist aber noch viel zu machen. Ja, gut, dann ist das eben so. Das war ja vorauszusehen. Irgendwann haben wir unten schon aufgefüllt. Ich laufe einfach mal rum, damit wir uns das noch mal anschauen können. Ja, hier. Das ist schon auch verdammt viel. Da könnte ich aber hier zum Beispiel erstmal wieder so ein bisschen mit Sandstein arbeiten. Ja, das ist gut. Damit kann ich nämlich schon da wieder ganz viel machen. Ja, doch. Ein bisschen. Ähm, machen wir das doch mal. Ne, Moment, falsch, das da, so. Dann schmeiße ich mal den Sand einfach mal da los raus. Hier, den Zauberstab behalte ich. Die Stöckchen kommen in die Gerümpelkiste hier. Der Kollege kommt da hin. So, dann brauchen wir jetzt... Nein, 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 da. So, hier, Kiste. Jetzt wäre es eventuell sinnvoll, da hinten den Dings hinzubauen. Den Teleporter. Denn hier brauchen wir... Ja, komm, das mache ich jetzt einfach. Wo ist er denn hier? Äh, Moment, ich muss ihm das hier wegmachen. Nein, das wollte ich doch nicht. So. Jetzt muss ich mich da nochmal durchhalten. Ja, gut, nicht unbedingt, aber egal. So, die zwei Zäune. Zack, und zack, machen wir da hin. Und der Teleporter, der wird dann mit Sand gefüllt. Und der kommt dann, also als Schlüssel. Und der kommt jetzt erstmal da hinten hin. Ja, wir können den ja... Ne, ich will da... Ich will dort vorne weitermachen, weil ich da ja mit dem Sandstein arbeiten kann. Das macht sich ganz gut. So, ich würde sagen, wir platzieren den da oben hin. Da in die Ecke. So, und da kommt jetzt... Moment, Sand. Erstmal von da wegnehmen. So, okay. Dann brauchen wir den hier. Die Kakteen da stehen auf Sand. Die werden gleich wegfallen hier. Ups, da sind sie weg. So, wie sieht's denn hier aus? Ja, da haben wir schon einiges dran jetzt. Moment, wie ist es hier? Boah, da kann nicht viel kaputt gehen. Setzen wir mal da was rein. Da auch. Das ist... Oh, was war das denn da? So, sehr gut. Das kann man so lassen. Hier sieht das auch alles ganz gut aus. Ja, wunderbar. Hier, diese Ecke da. Die füllen wir da auch gleich mal auf hier. So, so, und so. Dann lasst mich da nochmal... ...eben nach... ...nach oben. Ach, ich kann das ja einfach so machen hier. Zack, zack. Was? Jetzt habe ich keinen Hochstand... ...äh, keinen Sandstamm mehr. Das ging ja schnell. Aber... ...ist ja auch kein Wunder. Ich habe auch einiges hingelegt hier. Da baue ich nochmal darunter. Und da ein paar von denen... ...haben wir ja noch. So, genau, hier. Und ich würde sagen, es wird auch dann mal wieder... Oh, da ist ja ein größeres Loch hier. Es wird auch mal wieder Zeit hier... ...zu verschwinden. Haben wir ja doch eigentlich schon eine ganze Menge geschafft. Nee, nee, halt, falsch, das ist ja so. So, und da noch... Ja, allein dadurch, dass wir jetzt hier noch... ...Sandstand hingelegt haben... ...ist ja schon wieder eine Menge geschehen. Ja, was machen wir denn da? Machen wir da noch was drauf? Ich habe keinen Sandstand mehr mit. Und dann werden wir das gleich mal so hangen. Eine Schicht will ich gerne noch drauf machen. Nee, da war ja Sand... Oh, Moment. Nee, doch, Grümpelkiste ist ja hier. So, da kann der Kaktus rein. Ähm, nein, ich wollte hier aufmachen. So. Emsige Geschäftigkeit mit Sandstein und Sand. Mehr haben wir da jetzt nicht. Da auch nicht. Okay. Und da hinten... ...war auch nur Erde dran. Okay, gut. Dann probieren wir den Kollegen hier aus. Ja, sehr gut. Es ist nun die Frage, wie ich hier hochkomme. Ich baue mich einfach hier hoch. So, und ich würde sagen, das lassen wir. Mit Sandstein erstmal. Da kommt jetzt nur noch Sand drauf. Ja, guck mal, da haben wir doch schon wieder eine ganze Menge geschafft. Eine schöne Grundlage gelegt. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt auch. Ich gucke nochmal hier, wie der Anschluss hier vorne ist. Ja, okay, gut. Und da drücken wir auch. Das heißt, wir müssen uns jetzt nur noch eben dieses... Ne, Moment, da vorne ist ja auch noch was. Genau, da vorne ist auch noch was. Ja, okay, gut. Alles der Reihe nach. Also gut, dann reicht das jetzt mal wieder für hier. Ich will ja auch noch am Bauernhaus weitermachen. Hier hin zur Hütte und dann packen wir den Sand... Ja, doch, den Sand machen wir hier rein. Das brauchen wir auch nicht mehr. So, Sandstein war, glaube ich, hier. Da ist Sand. Okay, gut. So, noch ein bisschen Sand. Den schaufel ich jetzt einfach mal da rein. Der ist Zauberstab auch. Dann haben wir die Kiste hier draußen leer. So. Und die ist immer noch nicht ganz voll.